So, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier zum Panel. Wie gesagt, wir leben uns die Zeit um 13.20 Uhr geht es dann weiter. Die Suppe gibt es unten und ich hoffe, die mundet Ihnen dann auch. Aber jetzt fangen wir erst mal mit einer spannenden Diskussion an. Ich darf Ihnen kurz vorstellen, wer heute hier mit uns mitdiskutiert. Mein Kollege Arif Ünal. Wir beide werden uns die Moderation hier ein bisschen teilen und aufteilen. Und ich darf jetzt die Dame zunächst begrüßen hier in unserem Panel. Das ist Lamia Kador. Sie ist auch medial präsent, wird angefragt und das hat einen guten Grund, denn sie ist in vielerlei Hinsicht Expertin. Sie ist auch Tochter syrischer Einwanderer, auch ein Kind aus Nordrhein-Westfalen in Aalen geboren, hat Arabistik, Islamwissenschaft studiert, allgemeine Erziehungswissenschaft und Komparatistik. Sie hat mitgewirkt an der Ausbildung islamischer Religionslehrer und Lehrerinnen. Sie hat aktuelle Lehraufträge unter anderem unter dem Titel Muslime in Deutschland, an der FH Münster, an der Uni Duisburg und auch im Fachbereich dort der evangelischen Theologie. Da geht es um das Thema Bibel und Koran. Sie ist außerdem Lehrerin in Dienstlaken. Da kommt einem sofort der Begriff Lohberger Brigade in den Sinn. Sie unterrichtet dort islamische Religion als ordentliches Unterrichtsfach an einer Sekundarschule. Und sie sagt, durch meine Arbeit an der Schule ist es mir ein persönliches Anliegen, junge Menschen vor dem Abgleiten in den Islamismus durch unterschiedliche Zugänge abzuhalten. Sie ist eine der muslimischen Sprecherinnen für das deutschlandweit erste muslimische Wort im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dem sogenannten Forum am Freitag des ZDF. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das überhaupt schon mal wahrgenommen hat. Seit 2013 ist sie wieder Vorsitzende des liberal-islamischen Bundes, den sie auch mitgegründet hat, 2010. Sie ist Mitautorin des ersten deutschsprachigen Schulbuchs für einen islamischen Religionsunterricht unter dem Titel SAFIR. Sie ist Mitglied in vielen Fachbeiräten, unter anderem der Zukunftsakademie NRW. Sie ist Mitglied in der Mitgliederversammlung der Heinrich-Böll-Stiftung seit dem November 2015. Und sie hat sich sehr verdient gemacht um den jüdisch-islamischen Dialog wie auch um den islamisch-christlichen Dialog. Sie ist ausgezeichnet und im Februar 2016 hat sie jetzt gerade den Integrationspreis der Stiftung Apfelbaum erhalten für die nachhaltige und erfolgreiche Integrationsleistung und für eine dogmafreie zeitgemäße Auslegung religiöser Schriften wie des Korans sowie für eine umfassende Geschlechtergerechtigkeit. Gleich neben mir Professor Mouhanat Khorchid. Er ist 1971 in Beirut geboren, hat dann im Libanon Theologie studiert, hat das Studium der Soziologie an der Universität Wien abgeschlossen mit einer Promotion in der Religionssoziologie und war dann weiter Post-Doc dort beschäftigt. Er ist Professor für Islamische Religionspädagogik am Zentrum für Islamische Theologie der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Seit 2011 ist er Koordinator des Graduiertenkollegs Islamische Theologie der Stiftung Mercator und auch Leiter des Zentrums für Islamische Theologie an der Universität. Er ist Principal Investigator des Exzellenzclusters Religion und Politik in den Kulturen der Vormoderne und Moderne. Er leitet das Projekt Historisch-Kritischer Korankommentar unter Berücksichtigung von Aneignungs-, Transformations- und Abgrenzungsprozessen zwischen Islam und der jüdisch-christlichen Tradition. Er hat 2012 das Buch geschrieben, Islam ist Barmherzigkeit und seine Vision von einem modernen, aufgeklärten Islam vorgestellt. Eine humanistische Religion, die vor allem von Gottes Barmherzigkeit, Gottes Liebe und Freiheit geprägt sei. Auf der Homepage setzt er sich auch mit Kritikern aus dem Bereich der konservativen Muslime auseinander. Er sagt, und das ist sein Plädoyer, die Muslime, vor allem die Jungen, sehen in der islamischen Theologie eine große Chance, sich mit ihrer Religion auf wissenschaftlichem Niveau auseinanderzusetzen. Dass es dabei zu unterschiedlichen Positionen kommen kann, ist Teil der islamischen Tradition, die durch diese Vielfalt immer bereichert wurde. Professor Hans-Martin Lübking kommt eigentlich gebürtig aus dem Kreis Minden und hat dann nach mehreren Stationen, den schulischen Stationen, auch in Minden hat er Abitur gemacht, ist dann in die Fakultät Evangelische Theologie nach Münster und Göttingen gewechselt, hat dort studiert. Er war fünf Jahre lang wissenschaftlicher Assistent im Fach Neues Testament an der Universität Münster, hat zu Paulus und Israel im Römerbrief promoviert. Er hat ein Vikariat in Münster absolviert und war auch neun Jahre Gemeindefarrer in der Kirchengemeinde Gütersloh. Ab 1988 war er Dozent am Pädagogischen Institut der Evangelischen Kirche von Westfalen in Filixt in der Nähe von Schwerte. Er hatte einen Lehrauftrag an der Universität Münster. Er war bis 2013 dann Direktor des Pädagogischen Instituts der Evangelischen Kirche von Westfalen von 1996 an und seit 2001 Honorarprofessor der Universität Münster. Er war Sprecher der Pädagogischen Institute der Evangelischen Kirche Deutschlands und der Ämter und Werke in der Evangelischen Kirche von Westfalen. Er hat viele Initiativen zur Kirchenreform, zur religiösen Sozialisation und zur Bildungspolitik begleitet. Aktuell ist er Vorsitzende des Bündnisses Länger gemeinsam lernen in Nordrhein-Westfalen. Da geht es um eine pädagogisch-kreative Schule, um eine bildungsgerechte und eine anspruchsvolle Schule, unter anderem Länger gemeinsam lernen, bekenntnisorientierte Religionsunterricht. Wir werden gleich von ihm hören, ob das zusammenpasst. Und schließlich freue ich mich, dass Jens Flachmeier bei uns ist. Er ist Sozialarbeiter und seit vielen Jahren in diesem Feld tätig. In der christlich-islamischen Arbeitsgemeinschaft in Mahl ist er ebenso engagiert wie im Sozialraumprojekt der Enke-Siedlung. Er arbeitet jetzt auch mit einer halben Stelle in der Integrationsagentur in Mahl. Er hat sich in der Kommunalpolitik engagiert und auch hier in besonderer Weise für Flüchtlinge und Asylbewerber. Er ist Koordinator für Flüchtlingsfragen im Auftrag des Evangelischen Kirchenkreises Recklinghausen und der Diakonie im Kirchenkreis Recklinghausen und jetzt dort mit einer halben Stelle hauptamtlich unterwegs. Seine Aufgabe ist es, Menschen, Gruppen und gute Ideen zusammenzuführen. Und darüber hinaus soll Jens Flachmeier ehrenamtlich Tätig in ihrem Engagement unterstützen, sie beraten, ihnen notwendige Kenntnisse durch Schulung und Fortbildung vermitteln. Er gehört zu dem Sprecherinnenkreis der christlich-islamischen Arbeitsgemeinschaft in Mahl, Abrahamsfest. Es gibt hier auch einen Infostand dazu. Und dieser Zusammenschluss von engagierten Menschen aus Christentum, Islam, aus der jüdischen Kultusgemeinde präsentiert beim jährlichen Abrahamsfest gelebte Integration und interreligiösen Dialog. Und das findet jetzt schon 2017 zum 17. Mal statt, wenn ich richtig rechne. Die Bandbreite von religiösen, weltanschaulichen, kulturellen und politischen, sozialen Einstellungen ist breit. In Mahl gelingt es auf lange Zeit, diese zusammenzubringen. Und ich freue mich, dass wir von diesen Erfahrungen heute lernen können. Herzlich willkommen. Ja, und jetzt wollen wir beginnen mit dem kleinen Input, den wir verabredet haben. Und ich komme dann gleich, wir machen eine kleine Runde, aber nur Verständnisfragen, da komme ich dann mit dem Mikro zu Ihnen. Und zunächst haben die Expertinnen das Wort. Ja, ich möchte Sie auch sehr herzlich begrüßen und willkommen heißen. In unserem Panel werden wir jetzt fünf Minuten, wirklich, weil wir enorme zeitliche Probleme haben, Eingangsstatement von den Beteiligten haben, danach lassen wir fünf Minuten nochmal Verständigungsfragen und anschließend diskutieren wir natürlich über bestimmte Fragestellungen. Zum Beispiel, wie ist das islamische Religionsunterricht, trägt für die Integration bei oder welcher Islam gehört zu Deutschland, was ist eigentlich gelingende Integration, die müssen wir gemeinsam miteinander diskutieren, haben wir so einen Ablaufplan erstellt. Deswegen bitte ich einfach jetzt die Referenten, wir fangen nochmal mit Frau Kador an. Bitteschön, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Wie Sie hören, bin ich ein wenig heiser. Heute ist die Stimme schon da, gestern war gar nichts da. Deshalb entschuldigen Sie, dass ich so kratze, so furchtbar klinge. Ich habe mich der Frage gewidmet, ob Religion zur Integration beitragen kann. Ich habe gerade nochmal ein paar Notizen gemacht, aber ich dachte, ich vergesse wieder die Hälfte. Also aus meiner Sicht kann Religion, muss aber nicht zur Integration beitragen. Denn das sehen wir an unterschiedlichen Beispielen, das Pew Forum in Washington beispielsweise in Amerika hat ja schon lange Umfragen gemacht und festgestellt, dass die Gruppe der Muslime dort die bestintegrierteste Gruppe innerhalb der Amerikaner ist, die sogenannten Muslim Americans. Und die sind nun mal doch relativ fromme Muslime. Das sind nicht alles säkulare Muslime, sondern doch gelten als relativ gläubig. Und da kann man durchaus ein positives Beispiel sehen, dass Religion zu einem positiven Effekt kommen kann oder beitragen kann. Es gibt natürlich auch sehr negative Effekte, deshalb kann man es aus meiner Sicht weder so noch so wirklich beantworten. Bevor wir die Frage aber doch beantworten wollen, müssen wir uns der Rolle von Religion erstmal klar werden. Denn normalerweise verstehen wir Religionspädagogen es so, dass Religion eine Stütze für den Menschen darstellt im Leben. Religion, so steht es im Koran, ist für den Menschen da und nicht der Mensch für die Religion. Also das, was die Rolle von Religion oder wie sie zu verstehen ist. Religiosität, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, verändert sich mit den biografischen Bedürfnissen von Menschen. Eigentlich nachvollziehbar, denn wenn wir ganz subjektiv betrachtet irgendwelche Probleme im Leben bevorstehen, nimmt häufig die Religiosität zu, wenn hingegen alles relativ gut läuft in sämtlichen Bereichen. Da würde ich nicht sagen, wird man a-religiös, das wäre etwas zu einfach. Aber zumindest verändert sich Religiosität mit den Bedürfnissen, mit den subjektiven und biografischen Bedürfnissen von Menschen, was völlig normal ist. Wenn wir uns dessen bewusst wären, dass eben Religion viel mit unseren Lebensläufen, mit unseren Biografien zu tun hat und Religiosität, dann kann man natürlich auch verstehen, dass a, bei jedem Menschen Religiosität anders ausgeprägt ist, b, sie zu unterschiedlichen Dingen oder Entscheidungen genutzt wird. Das ist bei uns Muslimen nicht viel anders als bei allen anderen religiösen Menschen. Ich glaube, da sind wir uns drüber einig. Aber es gibt natürlich eine Herausforderung. Die Herausforderung besteht darin, dass wir beispielsweise, dass wir es in bestimmten Moscheegemeinden, und ich will jetzt gar keine benennen, und ich meine eigentlich gar nicht mal die Moscheegemeinden, die zu den großen Dachverwänden gehören, sondern da gibt es ja noch weitaus skurrilere Formen, dass wir es häufig mit einem Islamverständnis oder einem Religionsverständnis zu tun haben, ja, das weder verfassungskonform noch islamisch ist, im eigenen Sinne. Aber es bedient eben ein bestimmtes Klientel. Und ich finde, da ist nicht nur unsere Gesamtgesellschaft oder die Politik gefragt, da auch klar zu sagen, dass solche Inhalte vielleicht besser nicht mehr transportiert werden sollen, sondern da müssen wir Muslime selbst auch sagen, dass wir solche Inhalte nicht mehr hören wollen, dass sie unzeitgemäß sind. Es gab jüngst den Fall, ich glaube, letztes Jahr, da gab es diesen sogenannten Hassprediger in Berlin, der diese frauenverachtende Predigt gehalten hat. Die ist eigentlich medial relativ stark dokumentiert. Es waren zwei, eine Institution und eine Privatperson, die Anzeige gegen diesen Mann erstattet haben. Mir ist der Name der Institution, ehrlich gesagt, entfallen die Privatpersonen aber nicht. Es war eine junge Frau, die Vorsitzende der türkischen Gemeinde Berlin, Frau Demir Aysh, die als Privatperson Anzeige gegen diesen Imam erstattet hat. Übrigens zum ersten Mal, dass eine Muslimin oder ein Muslim selbst mal eine Anzeige gegen einen Imam erstattet. Ich meine, auf die Idee hätte man ja auch vorher kommen können, aber immerhin, es ist mal passiert. Und ich glaube, da sollten wir Muslime auch unsere Toleranzgrenze ruhig aus etwas heraufheben. Ja, und ich finde, wir müssen auch, und das sage ich auch als Religionspädagogin, ein Islamverständnis anbieten, das vor allen Dingen vier Punkte, und da komme ich fast zum Ende, vier Punkte, die ich antwortete, vier Dinge erreichen sollen. Ein Islamverständnis, das Orientierung schafft, das die Seele nährt, klar, sonst bräuchten wir keine Religion, uns zufrieden erzieht. Uns hilft, gerecht zu handeln und damit auch Gerechtigkeit oder für Ungerechtigkeit oder andersrum, gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen und uns damit eben zu selbstbewussten, partizipierenden, mündigen Bürgern dieses Landes wehren zu lassen. Aber das funktioniert natürlich nur so lange, bis die Mehrheitsgesellschaft das eben auch tut. Die Mehrheitsgesellschaft muss Platz schaffen, Platz für neue Lebensentwürfe. Und diese neuen Lebensentwürfe sind eben muslimisch-deutsch, nicht mehr nur christlich-deutsch oder atheistisch-deutsch oder wie auch immer deutsch. Und ich glaube auch, ich meine, das passiert, das sagt der Aladin Mafalani ja gerade ganz gut, es passiert schon längst, aber es gibt aus meiner Sicht zu viele Lebensentwürfe, die immer noch nicht gesehen werden, die immer noch zu weit abseits stehen, wo Menschen immer noch mit dem Rücken zur Wand gedrückt werden, weil wir nicht Platz schaffen wollen. Wir wollen es schlichtweg nicht. Wenn wir uns die Zahlen angucken, es gibt so eine Zukunftsprognose, das sind so Zahlen, die mir immer im Hinterkopf sind, auch wenn Sarrazin damit nicht recht behält. Das Pew Forum hat diese Ergebnisse mal veröffentlicht, das ist eine Prognose. 2050 wird jeder zehnte deutsche Muslim sein. 2050 wird es weltweit gleich viele Muslime und Christen geben. 2070, also 20 Jahre später, so die Ergebnisse ihrer Prognose, wird es weltweit mehr Muslime als Christen geben. Das heißt trotzdem nicht, dass Sarrazin recht hat und wir jetzt deshalb alle islamisiert sind. Ja, das nicht, das wird auf Deutschland nicht zutreffen. Warum? Weil muslimische Frauen auch nur 1, sowieso Kinder bekommen im Durchschnitt. Aber es liegt natürlich in unserem aller Interesse, Muslimen hier die Möglichkeit zu geben und vor allem Theologen, den Islam nach unseren hiesigen Ansprüchen, ich will nicht sagen anzupassen, auszuarbeiten eher, weiterzuentwickeln. Bitte klammern Sie sich nicht an dem Wort fest, das ich jetzt suche, ja dafür. Aber ich hoffe, Sie können mir folgen. Ich glaube, wir haben hier eben die Chance, das machen zu können als Theologen, als Religionspädagogen. Die Chance hätten wir in Saudi-Arabien sicher nicht. Das weiß Mohandad genauso gut, wir machen ja nichts anderes den ganzen Tag. Und uns ist durchaus bewusst, dass wir hier Dinge machen können, die wir woanders so nicht tun können. Und ich glaube, das muss man eben unterstützen, unabhängig, und das sage ich als Vorsitzender des liberal-islamischen Bundes, unabhängig davon, ob das jetzt eine liberale Strömung ist, ob es eine konservative Strömung ist, jedenfalls eine Strömung, die mit unserem Rechtsstaat kompatibel ist. Das muss hier gefördert werden. Ich möchte etwas, oder fange mal an mit dem Titel von diesem Panel, miteinander statt übereinander reden. Ich denke, wenn man sich einfach mal klar macht, wie die Situation ist, wie, wir haben etwa 15, mehr als 15 Millionen Menschen wahrscheinlich in Deutschland mit Einwanderungshintergrund. Wir haben, kann man schlecht sagen, zwischen 4 bis 5 Millionen Muslime in Deutschland etwa. Wir haben auf Bundesdurchschnitt gesehen etwa jedes dritte neugeborene Kind, das in eine Einwanderungsfamilie hineingeboren wird, aber in einigen Ballungszentren sieht es noch ganz anders aus. Da habe ich Ihnen was mitgebracht. Dann ist die erste Antwort ja klar, es gibt überhaupt keine Alternative, sozusagen. Über eine Alternative brauchen wir gar nicht reden. Das kann es gar nicht sein. Wir müssen miteinander reden. Ich misstraue aber ein wenig dem offiziellen interreligiösen Dialog des nationalen Dialogjet-Sets, weil ich nicht glaube, dass da so sehr viel dabei rauskommt. Da treten eigentlich immer dieselben Leute auf, sind sich auch weitgehend einig, sind natürlich immer für Frieden und Gerechtigkeit, verurteilen immer den Terror des islamischen Staates und klammern die Differenzen häufig aus. Die Erklärungen, die dabei unterschrieben werden, erreichen in der Regel die normalen Mitglieder einer Kirchensynagogen oder Moscheegemeinde nicht. Die wissen davon gar nichts. Wichtiger sind darum die vielen schon existierenden und noch mehr möglichen Formen des Zusammenlebens der Religionen vor Ort. Und ich habe noch mal ein bisschen recherchiert und festgestellt, ich komme jetzt aus der evangelischen Kirche, in jeder Landeskirche, aber auch in jedem Bistum, in jedem Kirchenkreis, in jedem Dekanat, gibt es überall mindestens einen Beauftragten, eine Beauftragte für den interreligiösen Dialog. Es gibt mehr Beauftragte für den interreligiösen Dialog als für Evangelisation. Und es gibt nicht nur die Beauftragten. Hier finden unzählige Gesprächsgruppen statt, Praxishilfen. Man kann heute viele Ausbildungskurse machen, zertifiziert sein hinterher im interreligiösen Dialog. Es passiert unglaublich viel. Hier im Wesentlichen findet der interreligiöse Dialog in der Gesellschaft statt. Aber noch ist nicht alles so selbstverständlich, wie es sein könnte. Ich habe selbst erlebt, dass bei Neujahrsempfängen von Kirchengemeinden die Moscheegemeinde eingeladen wurde. Ich habe es aber auch erlebt, dass sie nicht eingeladen wurde. Und wie ist es umgekehrt? Ist es selbstverständlich, dass die Kirchengemeinden eingeladen werden? Ich glaube nicht. Es sollte keinen Tag der offenen Moschee geben, ohne einen Besuch der Kirchengemeinden. Und umgekehrt. Keine Nacht der offenen Kirchen, ohne Besuch der Moscheengemeinde. Im Religionsunterricht ist es inzwischen selbstverständlich geworden, dass man die Moschee besucht. In der Konfirmandenarbeit gibt es noch Luft nach oben. Und viele gute Hinweise, die längst publiziert sind, aber die nicht immer durchgeführt werden. Das sind ja nur wenige Hinweise. Ich will damit aber sagen, der Dialog, der entsteht nicht von selbst, sondern man muss Gelegenheiten schaffen und Orte bereitstellen. Und diese Gelegenheiten unten vor Ort, und wir werden ja gleich was über das Abrahamsfest hören, sind meines Erachtens effektiver als die großen Erklärungen untereinander. Der wichtigste Ort für das interreligiöse Lernen in der Gesellschaft ist die Schule. Und da habe ich Ihnen mal was mitgebracht. Können Sie das wohl einmal so schlug verteilen? Ich habe Ihnen eine Kopie mitgebracht mit den Namen und Herkünften von Schülerinnen und Schülern einer sechsten Klasse einer Gesamtschule in Gelsenkirchen. Das ist nicht erfunden, wie die Studierenden an der Universität glaubten, als ich Ihnen das zeigte, sondern die gibt es wirklich so, diese sechste Klasse. Es sind 30 Kinder oder Jugendliche mit neun verschiedenen Religionen oder Konfessionen aus zehn verschiedenen Herkunftsländern. Das ist heute die Realität. Die Studierenden fühlten sich etwas überfordert und sagten, wie sollen wir damit umgehen? Das können wir gar nicht. Aber das ist die Realität und die Herausforderung. Wenn das heute unsere Schülerinnen und Schüler sind, dann brauchen alle Lehrerinnen und Lehrer, und nicht nur die Religionslehrer, sondern alle Lehrerinnen und Lehrer verbindliche interreligiöse Kompetenzen. Das muss in der Ausbildung verbindlich sein. Und zwar gleich im Grund- und Hauptstudium. In einer globalisierten Welt, in der heute Flüchtlinge aus dem Irak und aus Eritrea nach Deutschland kommen, deutsche Studierende im Studium oder im Beruf nach Japan, Kanada oder Südkorea gehen, und später mit Arbeitskollegen aus Russland, Israel oder Saudi-Arabien zusammenarbeiten, müssen wir in der Schule, im Studium oder sonst wo so eine Art religiöses Weltwissen vermitteln. Es geht auch nicht nur allein um den christlich-islamischen Dialog. Es geht um so etwas wie ein religiöses Weltwissen. Wir müssen wissen, wie die Japaner sozusagen etwas verarbeiten. Das hat etwas mit Religion zu tun bei denen. Oder die Südkoreaner, das spielt im Arbeitsprozess eine Rolle. Denn ohne Religion bleiben fremde Kulturen unverständlich. In einer multikulturellen Gesellschaft und Schule wird die Verständigung untereinander blockiert, wenn man kein Gespür für die religiösen Wurzeln anderer Menschen aufbringt. Ich möchte zum Schluss noch drei kurze Herausforderungen benennen, die sich für mich wirklich immer mehr gestellt haben. Einmal, statt die Harmonie zum Programm zu erklären, sollten im interreligiösen Dialog die Differenzen nicht ausgeklammert werden. Die Wahrheitsfrage darf nicht suspendiert werden, auch wenn niemand hier unter uns im Besitz der Wahrheit ist. Aber wir dürfen sie nicht ausklammern. Es muss ehrlich zugehen, sonst ist der Dialog überflüssig. Ich muss auch über das reden können, was mich in der anderen Religion stört. Mich stört ja beim Christentum, dem ich selber angehörige, auch einiges. Und das kann ich ja auch sagen. Ich muss nicht alles lieben. Zweitens, der interreligiöse Dialog setzt die Kenntnis der eigenen Religion voraus. Aber damit ist es in weiten Teilen der christlichen, der sogenannten christlichen Bevölkerung und gerade auch bei vielen Jugendlichen nicht besonders gut bestellt. Das Wissen um den eigenen Glauben ist teilweise sehr dünn geworden. Wer nichts weiß, glaubt am Ende alles oder flüchtet sich in beliebige Geschmacksurteile. Wenn ich über den eigenen Glauben nicht begründet und mit einem Mindestmaß an Differenzierung Auskunft geben kann, ist der Dialog gescheitert, bevor er begonnen hat. Und drittens, mir ist aufgefallen, dass die Fremdenfeindlichkeit in Deutschland dort am größten ist, wo es ganz wenig Muslime gibt und ganz wenig Christen. Es stellt sich die Frage, die Konfessionslosigkeit nimmt unter uns zu. Welchen Dialog führen denn die Konfessionslosen mit Muslimen, Christen und mit Juden? Es reicht nicht zu sagen, damit haben wir nichts zu tun. Das Zusammenleben von Menschen verschiedener Religionen und Weltanschauungen ist eine große gesellschaftliche Aufgabe. Darum reicht es auch nicht zu sagen, was heute große Mode ist. Religion ist Privatsache. Das ist sie nicht. Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen können nur dann friedlich überhaupt zusammenleben, wenn ihre religiösen Überzeugungen offen und öffentlich vertreten werden können und nicht in Hinterhöfe oder geschlossene Räume abgedrängt werden. Austausch und Verständigung untereinander sind die Voraussetzungen für Toleranz in Fragen der Religion. Wenn aber Religion Privatsache ist, dann ist der Toleranz der Boden entzogen. So weit. Ja, vielen Dank. Eigentlich, meine Vorredner haben alles gesagt, was ich sagen wollte. Jetzt ergänze ich vielleicht um eine weitere Dimension nur als Ergänzung. Interreligiöse Dialog, das wollen wir ja alle. Ein offenes Verstehnis vom Islam, das wollen wir auch alle. Nur die Frage ist, was sind die Rahmenbedingungen, die begünstigen, dass junge Menschen sich auch dafür entscheiden, sich zu öffnen für den interreligiösen Dialog, für ein offenes Verstehnis vom Islam. Wir haben eine Bandbreite an Interpretationen innerhalb unserer Religionen. Aber was sind die Rahmenbedingungen, dass jemand kommt und sagt, ich interessiere mich für den interreligiösen Dialog. Wenn ich den anderen begegne, den anderen religiösen, dann interessiere ich mich auch für ihn und nicht begegne ich ihm, um mich abzugrenzen und auszugrenzen von ihm. Also die Begegnung alleine reicht nicht aus. Es gibt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Rahmenbedingungen zu untersuchen, unter derer die Begegnung fruchtbar gestaltet werden kann. Ich spiele auf einen Punkt an, und zwar auf Identitätsverunsicherungen auf beiden Seiten. Also wir reden auf der einen Seite von einer christlich-armländischen Identität und keiner weiß genau, was damit gemeint ist. Und auf der anderen Seite, wir erleben, dass immer mehr muslimisch-jugendliche, das seien die empirischen Studien, immer stärker sich mit ihrer Religion identifizieren, gleichzeitig immer weniger wissen, was das ist. Es kommt zu einer ausgehöhlten religiösen Identität, die womöglich auch begünstigt die Rekrutierung in fundamentalistische oder salafistische Milieus, weil dieses Zurückgreifen auf religiöse Identität geschieht, nicht auf der Suche nach Sinn, nach Spiritualität, nach Gotteserfahrung, sondern auf der Suche nach einer kollektiven Identität. Ich gehöre zu irgendeinem Kollektiv, wo ich die Anerkennung, nach der ich suche, bekomme. Das heißt, wir haben eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, wenn wir vom interreligiösen Dialog oder überhaupt von Begegnung sprechen, eine Herausforderung, den anderen in seiner Andersheit anzuerkennen, sodass diese Erfahrungen der Fremdheit bei vielen Jugendlichen, die dazu geführt haben, dass viele sich in einem Opferdiskurs finden, die wollen uns nicht. Was mir wichtig ist, wird mir weggenommen, dass wir hier rauskommen und nicht den Jugendlichen auch diese Argumente liefern für ein Märtyrertum. Denken Sie jetzt praktisch oder konkret an viele Diskussionen um Moscheebauten, Minaretbauten, auch Möglichkeiten des Betens an Schulen, an Universitäten, Kopftuchdebatten, auch die wir im öffentlichen Diskurs konstruieren und dazu beitragen dann, dass junge Menschen, die sagen, mir ist wichtig, dass ich mein Gebet bete, aber mir wird das verboten. Und dann liefert man ihnen eben die Argumente, sich zurückzuziehen und in ihrer Religiosität eine Art Oppositionsrolle zu der Gesellschaft zu finden. Ich will nur hier sensibilisieren, dass es nicht reicht, einfach diese Begegnungen oder Räume, die Begegnungen zu schaffen, sondern wir müssen an den Rahmenbedingungen einer fruchtbaren, konstruktiven Begegnung genauso auch arbeiten. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Muslime und Nicht-Muslime begegnen sich in der Gesellschaft nicht als Muslime und Christen. Sie begegnen sich als Subjekte, als Menschen erst einmal. Das heißt, wenn wir zu viel erwarten vom interreligiösen Dialog, dass sie alle Integrationsprobleme lösen, dann haben wir zu viele Erwartungen an den interreligiösen Dialog, die er nicht erfüllen kann. Die Frage ist, wie können sich Menschen gegenseitig begegnen, unabhängig auch von ihrer Religionszugehörigkeit, und dennoch das Gefühl haben, ich werde anerkannt in meiner Andersheit. Ich begegne den anderen, aber ich werde auch anerkannt als Subjekt an erster Stelle, sodass wir nicht zu stark manchmal soziale Herausforderungen religionisieren und Religion dafür zuständig machen. Ich möchte nur zuletzt noch einmal unterstreichen, was Sie gesagt haben mit dem Religionsunterricht. Wenn ich nicht weiß, wer ich wirklich bin, wenn ich nicht die Vergewisserung über meine eigene Identität habe, werde ich dem anderen immer begegnen mit Angst, ich verliere das ganz Dünne, was ich habe, über das ich zu wenig weiß. Und deshalb, was ich vorhin gemeint habe, wir brauchen Selbstvergewisserung von der eigenen Identität. Damit ich als Muslim den Christen oder den anderen begegne, nicht aus Angst begegne, ich könnte durch die Begegnung meins verlieren, sondern ich begegne dem anderen mit Offenheit, mit einer Offenheit, sodass ich bereit bin, mir auch womöglich Elemente anzueignen vom anderen. Nur ein kleines, konkretes Beispiel. Die Frage des, nicht des Wahrheitsanspruchs, sondern die Frage des Exklusivismus, die eigentlich problematischer ist als Wahrheitsanspruch. Wenn ich jetzt innerislamisch, um ein konkretes Beispiel darzulegen, in meiner Theologie zeige und auch koranisch begründe, dass Gott nicht exklusiv nur den Muslimen gehört, sondern ist gnädig zugewandt auch anderen Menschen. Die Frage ist, das ist jetzt ein theologisches Angebot. Ich kann die Menschen nicht zwingen, das anzunehmen. Nur die Frage ist, warum soll sich ein junger Mensch sich zu Hause fühlen mit dieser Auslegung des Islams, dass Gott nicht exklusivistisch nur für Muslime da ist. Wenn der in seiner religiösen Identität eine Oppositionsrolle findet oder seine religiöse Identität eine Ab- und Ausgrenzung zur Gesellschaft, dann will er unbedingt Gott auch auf seiner Seite haben gegen die Gesellschaft. Und wenn ich ihm diesen Gott wegnehme und sage, naja, dieser Gott gehört allen, gehört auch den Nicht-Muslimen, genauso wie den Muslimen, nehme ich ihm diesen Gott weg und dann ist mein Angebot weniger attraktiv, wenn die Rahmenbedingungen nicht da sind, dass religiöse Identitäten nicht deshalb gestaltet werden, weil man in der Opposition zur Gesellschaft sieht oder weil man sich über Religion ab- und ausgrenzen will in der Gesellschaft. Also das ist auch ein wichtiger Faktor, worüber wir reden sollten, die soziale Integration, die sozialen Rahmenbedingungen, die begünstigen, dass junge Menschen sich auch religiös, gesund, offen entfalten können. Ja, es fällt nicht schwer, das letzte Wort zu haben in dieser Runde, aber ich glaube, mit dem Abschluss sozusagen des Praxisbezugs schafft es eine gute Brücke zu all dem, was kommt. Begegnung bedeutet Treue zur eigenen Identität, aber zugleich Bereitschaft, sich zu bemühen, den jeweils anderen in seiner Religion, Kultur und Mentalität besser zu verstehen und aufzunehmen. Das sind sozusagen Teile aus der Satzung der christlich-islamischen Gesellschaft, die sich für die Arbeit der christlich-islamischen Arbeitsgemeinschaft im Mahl ja sozusagen wunderbar übertragen lassen. Und wenn ich an Herrn Kuschida anschließen darf, dann ist genau das, was in Mahl passiert, identitätsstiftend. Denn es geht überhaupt nicht darum, in irgendeiner Weise bei dieser Arbeit zu priorisieren, sondern im Grunde voneinander zu informieren, miteinander in Kontakt zu kommen, interessiert, Interesse an dem anderen zu wecken und dafür Gelegenheiten zu schaffen. Die christlich-islamische Arbeitsgemeinschaft in Mahl gibt es schon seit 1984, ist in Kleinpflänzchen dort entstanden, arbeitet also schon sehr lange und seit 2001 gibt es das Abrahamsfest. Wenn Sie sozusagen Interesse haben, noch mal näher darüber nachzulesen, können Sie das gerne auch im Internet tun. Es gibt eine eigene Homepage zum Abrahamsfest und auch zu der Arbeit der christlich-islamischen Arbeitsgemeinschaft. Ja, und ich will mit der Jahreszahl 1984 einfach auch sagen, wie lange dieser Prozess in Mahl nun schon läuft und dass interrelbiöse und interkulturelle Arbeit keine Dinge sind, die man heute tun kann und morgen lassen kann, sondern dass es eigentlich eine, ich sage jetzt mal aus meiner Perspektive, eine lebenslange Aufgabe ist, genau wie Integration auch, da am Ball zu bleiben. Und dafür braucht es eine Menge Menschen, die diese Arbeit tun, die diese Arbeit jetzt schon seit vielen Jahren tun und mit großem Engagement und ich sage auch immer noch mit Herzblut. Wir treffen uns mit dem Sprecherkreis und Kooperationspartnern einmal im Monat und es ist schon eine ganze Menge, was dort zu besprechen ist. Ja, und etwas konkreter werden, möchte ich jetzt am Beispiel des Abrahamsfestes, der Veranstaltungsreihe in Mahl. Es ist also so, dass wir im Grunde trägerübergreifend mit Vertretern, das sind, ich habe gerade mal einmal gezählt, über 30 Sprecherinnen und Sprecher von evangelischer, katholischer Kirche, von allen muslimischen Gemeinden, von der im Kreis Recklinghausen, ja kreisweit organisierten jüdischen Gemeinde, die sich jedes Jahr zu bestimmten Themen treffen und dann diese Veranstaltungsreihe auf den Weg bringen und ganz praktisch besetzen. Was mir wie allen anderen, die dort aktiv sind, gut gefällt, ist eben, dass es schlichtweg in allem, was wir tun, um eine ressourcenorientierte Sichtweise im Umgang mit dem Thema geht. Wenn man in diesen Tagen die Zeitungen aufschlägt, im Fernsehen schaut, dann ist alles ganz viel mit defizitären Blicken verwandt und so arbeiten wir nicht. Wir gehen einfach dran und wissen, dass wir mit dem, was die Menschen mitbringen, eine Menge erreichen und bewegen können und so tun wir das auch. Ich beschreibe mal, ich lese einfach nur mal ein paar Dinge vor. Wir haben also in diesem Jahr, in 2016, das 16. Arbeitsfest in Mahl. Schirmherr wird Rolf Abramson sein, einer der letzten Überlebenden im Holocaust, der auch Ehrenbürger des Kreises Recklinghausen ist, inzwischen über 90. Und dann wird es, es gibt eine Grundstruktur im Abamsfest, die sich fast jährlich wiederholt, aber inhaltlich halt verändert. Es gibt den Auftakt in der Synagoge, es gibt einen Familiennachmittag in der Fatih-Moschee, es gibt, was Herr Lübking gerade angesprochen hat, Kinder aus Kirchen und Moscheen besuchen sich gegenseitig. Es gibt Aktionen für Jugendliche, Jugendzentren, ganz stark eingebunden sind, fast alle Schulen in Mahl, die Workshops, also an ihren Schulen kreieren und am Ende dann im Theater Mahl denen eine wunderbare Revue münden lassen, die gerade für das letzte Jahr wieder stattgefunden hat. Es gibt interkulturelle Trainings, es gibt ein internationales Workcamp, jetzt blätter ich mal um. Dann gibt es Gespräche mit Beteiligung von Erwachsenen und älteren Jugendlichen. Wir haben im letzten Jahr eine sehr große Aktion auch im kulturellen Bereich unter Mitwirkung dreier sehr eindrucksvoller Künstler im Zusammenhang mit dem Skulpturmuseum geschaffen. Es gibt zum Beispiel auch einen Betriebsbesuch im Chemiepark Mahl, wo die Zusammenhänge von Wirtschaft und allen anderen Dingen gestellt werden und, und, und. Einen sehr schönen Punkt, wie ich immer finde, ist auch um, ja, ich sage jetzt mal zur Geschichtssicherung, das was hier jetzt zum Schluss auf dem Programm steht unter dem Motto Ältere erzählen jüngere Fragen, nämlich die Menschen, die hier schon lange leben, die eben auch noch eine ganze Menge aus der Zeit erzählen können, als sie hier nach Deutschland kamen. Vielleicht noch ein ganz kleines, sehr, ja, ich sage mal, sehr effektives Arbeitsbeispiel, Gott sei Dank hat sich der evangelische Kirchenkreis Recklinghausen vor zwei Jahren entschieden, das Abrahamhaus anzukaufen. Das ist eine Ausstellung, die ursprünglich mal von einem Krefelder Jugendhaus aufgebaut worden ist. Wir haben die komplett gekauft und das Abrahamhaus ist jetzt im Stadtgebiet von Mahl aufgestellt. Wenn Sie Näheres dazu wissen möchten und auch mal einen Einblick bekommen, kommen Sie gerne an unseren Infostand oben, was dort immer wieder überzeugt ist, dass Kinder und Jugendliche sozusagen in die Räume des Islam, des Judentums und des Christentums kommen. Viele Informationen bekommen, aber auch viele Eindrücke. Das heißt, über die jeweiligen Religionen eine Menge erfahren. Und, ja, ich sage mal, Ingo Jansen, der Kollege, der mir hier gegenüber sitzt, und wir sind immer sehr überrascht, mit wie viel Wissen die Kinder kommen. Also wer glaubt, dass man heute im Grunde vermissen muss, dass religiöse Bildung irgendwo vorkommt, das ist nicht so. Die Kinder wissen sowohl zu ihren eigenen Religionen als auch zu denen der anderen eine ganze Menge. Und das macht einfach Spaß und ist eine super Grundlage, damit auch weiterzuarbeiten. Ja, um auch zum Schluss zu kommen. Ich glaube, was man für diese Arbeit braucht und auch verstärkter braucht, sind ganz praktisch Möglichkeiten vor Ort zu schaffen, dass Begegnung stattfindet, in allen möglichen Zusammenhängen, und zwar wirklich problemunabhängig. Also nicht defizitär gucken, sondern was verbindet uns und das weiter zu unterstützen. Ja, und ich glaube, dass das uns mit der christlich-islamischen Arbeitsgemeinschaft in Mahl sehr gut gelingt. Faktisch ist Mahl trotzdem keine Stätte der Glückseligkeit. Auch in Mahl ist leider ein Übergangswohnheim angezündet worden. Das hat zu großem Entsetzen aller Mahler oder vieler Mahlerbürger geführt. Aber es hat auch gleich eine Bewegung wieder gegeben, die gezeigt hat, wie stark wir an dem Thema sind. Ich wünsche mir für uns alle, dass wir von der Toleranz zur Akzeptanz kommen, weil ich denke, Toleranz ist ein vorübergehender Zeitpunkt, ein vorübergehender Prozess, den man eine gewisse Zeit, sag ich mal, akzeptieren kann, aber es ist kein Dauerzustand. Vielen Dank. Ich danke an unsere Referenten und Referentinnen. Jetzt kommen wir zu Verständigungsfragen. Wir haben tatsächlich nicht viel Zeit, aber so ein paar Verständigungsfragen lassen wir zu, damit wir wirklich anfangen, über bestimmte Themenbereiche zu diskutieren. Da können Sie natürlich auch einen Impuls geben. Ich komme zu Ihnen. Die Anlage haben wir nämlich ausgeschaltet, weil sonst jemand von oben das freischalten muss. Dann ist das Ganze so einfacher und dann komme ich auch gerne zu Ihnen. Ich will nur einen Impuls aufnehmen. Das fand ich gerade sehr interessant, was Herr Flachmeier gesagt hat, weil das wird ja eine der zentralen Aufgaben auch sein. Also einer der letzten Holocaust-Überlebenden als Zeitzeuge. Wir müssen dazu kommen, in dieser Einwanderungsgesellschaft auch ein gemeinsames gesellschaftliches Narrativ zu finden und unsere Geschichten, das kollektive Gedächtnis, zusammenzubinden und das auch eben im interkulturellen und interreligiösen Dialog dann zu verankern. So, jetzt bin ich bei Ihnen. Und jetzt habe ich es mit Herrn Drücker zu tun und ich gebe Ihnen das nicht aus der Hand. Wer das Mikro hat, hat die Macht. Gar nicht verstehen. Herr Lübking, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Ich habe es so verstanden, dass Sie die Konfessionslosen zu einem stärkeren Dialog mit den Muslimen auffordern. Ich hätte ja eher die gesellschaftliche Vision, den interreligiösen Dialog stärker zu erweitern und dort auch konfessionslose Atheisten, Humanisten mit einzubeziehen, was natürlich die Dinge etwas komplizierter und schwieriger macht und auch zu Fragen stärker führt, ob denn Region eher ein Teil der Lösung oder ein Teil des Problems ist in der Integration. Und ich würde gerne Sie und vielleicht Frau Kattur fragen, ob es da gute Erfahrungen gibt mit so einer Aufweitung des interreligiösen Dialogs und ob Sie das denn überhaupt wollen würden. Herzlichen Dank. So, jetzt bin ich da hin unterwegs. Ich sammle ein bisschen. So, das ist Frau Kleindienst-Kahal. Ja, ich habe eine relativ kurze Frage an Herrn Kortschide und Frau Kattur. Wie viele Religionspädagogen, also Lehrer vom Muslimunterricht, bilden Sie denn derzeit aus? Wie viele haben Sie beispielsweise in einer Studienkohorte pro Jahr und wie viele werden vielleicht fertig? Ich frage vor dem Hintergrund, dass wir ja wissen, dass es viel zu wenige Lehrkräfte im Schuldienst gibt mit Migrationshintergrund, speziell aber mit muslimischem Hintergrund. Herzlichen Dank. So, jetzt gehe ich mal zu dem Kollegen. Der ist ja sonst für die Umweltpolitik hier zuständig, aber er möchte auch was zum Thema Religion wissen, sehe ich gerade. Ja, liebe Sigrid, da du weißt, dass ich auch mal Theologie studiert habe, interessiert mich das hier ja auch. Ich würde gerne einen Impuls geben und das aufgreifen, was Herr Flachmeier eben gesagt hat. Ich würde es einen Besinn auf die Tradition der Akzeptanz nennen. Ich habe im Landratswahlkampf bei uns im vergangenen Jahr in einer Moschee spontan sprechen dürfen und das war die Verabschiedung eines Imamen. Das ist nicht so ganz einfach, dass man da als Nichtmuslim auch sprechen kann. Man hat mir das spontan auch zugestanden und ich habe dann einfach spontan über die Ringparabel gesprochen. Gotthold Ephraim Lessing, 17. Jahrhundert und das ist eben die Tradition, die gemeinsame Tradition unserer Religion und ich möchte dazu ermuntern, das in den Schulen auch aufzugreifen, weil das ist eine wunderbare Geschichte, wo wir unsere Gemeinsamkeiten in den Mittelpunkt stellen. Gibt das an die Schulministerin weiter, das muss in den Kanon hinein. So, und da komme ich gleich auch noch zu Monika Engel, aber ich hätte mich auch gewundert, wenn Volker Beck nicht auch was zu sagen hätte. Auch du kriegst das Mikro nicht. Dann komme ich dir so ein bisschen näher. Ich wollte nur eine Frage stellen, Herr Lübking, weil Sie berichtet haben von den vielen Beauftragten für interreligiösen Dialog und ob Ihre Erfahrung von meiner abweicht. Meine Erfahrung im Austausch mit den Moscheegemeinden ist häufig, dass man nur die Funktionäre erreicht und dass sozusagen der Austausch zwischen Gemeindemitgliedern auf christlicher Seite und auf muslimischer Seite irgendwie abgeblockt wird. Wie es ihn aber auch zum Beispiel im jüdisch-christlichen Dialog ganz selbstverständlich gibt und was da vielleicht wir alle gemeinsam machen können, dass das auch zwischen den einfachen Gläubigen dieser Austausch stattfindet, weil erst dann ist es ein wirklicher interreligiöser Dialog, wenn er nicht nur zwischen Funktionären und Theologen stattfindet. Dankeschön. Und dann komme ich zu Monika Engel. Habe ich es einfacher, weil ich die Dame kenne? Muss ich jetzt aufs Schild gucken, ob die Brille noch funktioniert? Ja, das stimmt. Ich habe eine allgemeine Frage an alle Referenten, an die Referentin, und zwar zu dem Punkt, reden wir über Religion oder über die Institutionalisierung von Religion. Ich sage das vor dem Hintergrund, dass ich selbst sehr katholisch sozialisiert bin und ich kriege mit, dass in unserer Gesellschaft, die ist ja nicht nur atheistisch, säkularisiert heißt ja nicht atheistisch, sondern heißt ja eigentlich, dass es eine Auseinandersetzung gibt zwischen Religiosität und dem, was die offiziellen Institutionen verkörpern. Und das, was an interreligiösem Dialog im Moment stattfindet, so nehme ich das auch wahr in den Kommunen, ist das zwischen den Institutionen. Wo ist der Dialog zwischen denjenigen, die vielleicht glauben, aber nicht mehr sozusagen institutionell gebunden sind? Das schließt ja gleich wieder an die erste Frage an. So, da habe ich jetzt noch eine Wortmeldung, das nehmen wir jetzt noch mit. Also, erst Herr Dreyer, dann Frau Berghaus und dann geht das aber auch da in die Runde. Ich möchte mich bedanken bei Herrn Korschide, dass das Zentrum für islamische Theologie in Münster es schafft, Nachwuchs und jüngere Leute, die in islamischer Religionspädagogik modern auszubilden, die teilweise aus sehr frommen muslimischen Gemeinden kommen, wo die Eltern möglicherweise sehr bedenklich, große Bedenken haben, auch über die Verbände und so, und die selber sagen, es ist fantastisch, was wir lernen bei Korschide und den anderen Leuten in Münster. Also, solche Hoffnungsträger sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Zweitens wollte ich Herrn Korschide noch fragen, was er mit Rahmenbedingungen sonst noch meint. Und drittens und letztens wollte ich sagen, was wir in Mahl eben ganz schön finden, ist, dass man so eine legendäre Gestalt wie Abraham irgendwie zum Stadtgespräch macht und dadurch sozusagen in das kollektive Nachdenken und Quatschen bei allen möglichen Gelegenheiten so eine Figur einführt, die sozusagen imaginativ und assoziativ irgendwas freisetzt. Ich frage aber trotzdem auch mal nach den Konflikten. Gibt es denn Konflikte auch mit den Erwartungen von Studierenden? Ich sage das jetzt mal aus der christlichen Perspektive und der Theologie an der Universität Paderborn. Wir haben viele Studierenden, die aus freikirchlichen Gemeinden kommen und die erst mal den Lehrenden sagen, also ihr glaubt ja alle gar nicht richtig. Also, wo sind denn da auch Konfliktlagen? Das wäre ja sicherlich auch nochmal spannend. So, jetzt habe ich noch Frau Berghaus. Ich habe nur eine kurze Informationsfrage. Herr Lübking, Sie haben ja geschildert, wie das in Anführungszeichen beauftragten Wesen in der evangelischen Kirche sich ausgebreitet hat. Das haben Sie so ein bisschen kritisch auch hinterfragt. Ist das in der katholischen Kirche ähnlich und gibt es dann Dialog zwischen evangelisch-katholisch? Weil das nehme ich nicht so wahr als absolute Laien in dem Bereich. So, jetzt haben wir ganz viel eingesammelt und jetzt ist die Expertin. Ich glaube, wir haben schon genug Material. Wir fangen mit Ihnen an, weil sehr viele Fragen an Ihnen gestellt worden sind. Und dann gehen wir Reihe nach und die praktischen Antworten, wie viele Studenten und so weiter, können wir am Ende machen. Bitte schön. Herr Drücker, in dem Sinne, wie Sie ihn befürworten, habe ich das gemeint. Er soll ausgeweitet werden. Da ich sehe das nicht kritisch, sondern er soll ausgeweitet werden. Das Problem ist ja in der Tat, ich bin nun evangelischer Christ und ich finde es aber gut, dass es immer den Widerspruch gibt. Sozusagen das schärft nur. Insofern braucht man das Gespräch auch mit den Konfessionslosen. Wie organisiert sind die Konfessionslosen? Ja, Sie sind es nicht. Ja, aber sagen wir mal so, dass Sie aber nicht wirklich im gesellschaftlichen Diskurs jetzt als Institution eine große Rolle spielen. Und ich finde, ich würde das befürworten, wenn das mehr passierte. Denn man kann natürlich immer auch auf straßenfesten Dialoge führen, aber die Institutionen brauchen wir. Sie sind sozusagen so Zugpferde, damit sich das einfach weiter ausbreitet. Sie haben recht, Herr Beck, man trifft häufig auf Funktionäre. Das hat natürlich auch damit was zu tun. Die muslimischen Verbände repräsentieren nach allem, was man so hat, immer 20 Prozent oder sowas. Aber wie kommt man an die anderen heran? Man kommt ran über die Schule. Vielleicht reden wir noch über die Schule. Meine Erfahrung ist die, wenn es islamischen Religionsunterricht gibt, dann blühen die muslimischen Eltern auf. Dann haben sie nämlich mit einmal einen Ort, auch in der Schule. Man kommt dann auch viel mehr an die Eltern heran. Wir haben mehr als die Hälfte aller Kindertagesstätten in Deutschland sind kirchliche Kindertagesstätten. Mehr als die Hälfte aller Krankenhäuser in Deutschland sind kirchliche Krankenhäuser. Bei den Kindertagesstätten passiert einiges, aber da könnte ich mir auch noch mehr vorstellen. Bei den Krankenhäusern passiert gar nichts, soweit ich das weiß. Da sind Menschen, sozusagen. Da müssen auch Gespräche geführt werden, denn die halten sich da auf, die Menschen. Man muss die Orte finden, an denen so etwas stattfindet, bevor man sich irgendwie bei einem Kuckucksheimer ausdenkt. Die Dialog nur zwischen den Institutionen, da habe ich schon was gesagt, also es ist gut, wenn es den natürlich darüber hinaus gibt, und zwar hoffentlich, aber die Institutionen brauchen wir. Ja, ich sehe das mit einem lachen und einem weinenden Auge, muss ich sagen. Natürlich brauchen wir eine Institution, wo wir gar nicht drum herumkommen, hier ein Organ zu finden. Aber ich persönlich, wenn ich das so sagen darf, habe eher positive Erfahrungen mit dem direkten Miteinander gefunden. Da ist es mir völlig egal, ob ich mit einem Konfessionslosen spreche oder einem überzeugten Juden oder was weiß ich was. Ich glaube aber, dass es für das Subjekt, also für das Individuum sehr viel Gewinnbringender ist, als sich in einen interreligiösen Dialog zu setzen. Tut mir leid, dass ich das so sage, aber ich saß oft in diesen Kreisen. Es sind tatsächlich immer die gleichen Leute. Ihnen wundert es. Und ich habe häufig die Erfahrung gemacht, dass Dialog einfach nur des Dialogs wegen geführt wird. Und das ist mir persönlich inzwischen zu wenig. Das mag man vielleicht mit der Generation meiner Eltern als sinnvoll erachtet haben, sich auszutauschen. Aber in Zeiten, in denen Menschen wie ich oder auch meine Schüler Deutsche sind ein völlig normaler Teil dieser Gesellschaft, reicht es nicht mehr, um zu sagen, Gespräche mit anderen, um uns kennenzulernen. Da gibt es gar nicht so viele Differenzen, um uns kennenzulernen. Und ich glaube, das ist das Positive. Ich finde, an diesem Abba-Projekt, aber auch an anderen ähnlichen Projekten, man muss Dialog führen mit einem bestimmten Ziel. Und das Ziel muss ein Beitrag zur Zivilgesellschaft sein. Der muss nicht immer religiös sein. Es muss nicht Abraham als Stadtgespräch stattfinden. Wir können uns auch alle gemeinsam für Flüchtlinge einsetzen. Wir können uns auch alle gemeinsam für eine bessere Umweltpolitik oder was auch immer einsetzen. Es ist mir ehrlich gesagt gerade egal. Mir reicht es nur nicht mehr, ständig diesen interreligiösen Dialog zu führen, weil wir jetzt mal miteinander reden müssen. Das tun wir schon lange genug, finde ich. Da muss eine nächste Stufe kommen. Jetzt gucke ich gerade, welche Lehrer, wie viele Lehrer gibt es mit Migrationshintergrund? Ich glaube, Herr Horschi kann Ihnen das besser beantworten, aber vielleicht noch mal aus meinem Lehrer-Kollegium. Ich unterrichte an einer Sekundarschule in Dienstlaken inzwischen mit sehr viel weniger Stundenanzahl, als ich es mir vorher gemacht habe. Aber in unserem Kollegium gibt es bestimmt 80 Prozent der Kollegen, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Und damit meine ich aber, aus Polen stammt, typisch Rugewied, ja, Russlanddeutsche, damit meine ich italienischstämmige, damit meine ich aber auch türkischstämmige Kollegen und in dem Fall wie ich eine arabischstämmige Kollegin. Aber wissen Sie, wer offiziell als Lehrkraft mit Migrationshintergrund gilt? Das sind nicht etwa die polnischstämmigen, die russischen, es sind nur wir drei, also sprich, der türkischstämmige Kollege, die türkischstämmige Kollegin und Frau Kado. Alle anderen werden gar nicht dazugezählt, das sind ja schon Deutsche. Und das frustriert mich auch ein wenig. Bis heute ist es weder Schwulen noch auch unsere Öffentlichkeit gelungen, und das mal zum gemeinsamen Narrativ, die Migrationsgeschichte, also ich meine, wir haben ja ganze Einwanderungswellen gehabt, denken Sie an die Vertriebenen, die Gastarbeiter und die jetzigen Flüchtlinge, aus meiner Sicht, so würde ich es konstruieren, haben wir unterschiedliche Einwanderungswellen oder Bewegungen und das gehört auch zu unserem Narrativ, das muss zu unserem deutschen Narrativ und zu unserem kollektiven, zu unserer Identität gehören und das wird aber nicht so verkauft, weder in den Institutionen, noch in der Öffentlichkeit. Ja, Deutsch, das sagte ich ja in einer Talkshow sehr zugespitzt, aber im Grunde genommen würde ich es gerne wieder noch machen, Deutschland bedeutet in Zukunft tatsächlich einen Migrationshintergrund haben, ob man nun will oder nicht und das ist nichts Schlimmes, das wird völlig normal sein und deshalb glaube ich, dass wir im Moment in so einer Phase sind, voll von Konflikten, wie Aladima Verlani es gesagt hat, aber das ist eben ein Transformationsprozess und der wird irgendwann hoffentlich eher in eine sehr positive Richtung gehen. Deshalb wünschte ich mir, dass man diesen Begriff Migrationshintergrund nicht immer nur auf die Muslime, also eigentlich die Muslime meint, weil so wird der bis heute weiterhin benutzt. Institutionalisierung von Religion, das hatten Sie gerade angesprochen, schwierig. Ich hatte gerade gesagt, als Sie die Frage stellten, das macht doch, genau deshalb gibt es doch dieses Aberhamsfest, da kommen ja auch unorganisierte, ganz normale Menschen hin, die jetzt eben nichts mehr mit der Kirche am Mut haben oder mit einer Institution Moschee oder mit einer Moscheegemeinde, sondern die sich direkt so begegnen wollen. Dafür sind ja diese Initiativen da. Sie sind dran. Ja, also wenn ich, da kann ich auch gleich direkt anschließen. Wir haben natürlich den Vorteil, im Grunde mal mit dem Aberhamsfest in erster Linie Impulsgeber zu sein. Also wir sind nicht diejenigen, die in irgendeiner Weise einen Missionierungsauftrag auch im Sinne der integrativen Arbeit haben, sondern wir können einfach mit den Menschen, die da sind und die sich für das Thema interessieren und die wirklich viel Energie einbringen, diese Veranstaltungsreihe seit Jahren auf die Beine stellen und genau wie Sie eben auch sagen, wir erleben gerade in der Arbeit ja mit Kindergärten, Schulen, dass ein Großteil der Kinder und Jugendlichen, mit denen wir dann zu tun haben, für die das Thema, überhaupt Thema Kirche, Religion, Konfession, eine ganz untergeordnete Rolle spielen. Und das Schöne ist aber dennoch zu erleben, dass die sich drauf einlassen. Und das, denke ich, ist das Allerwichtigste, was ist immer die Botschaft hinter diesen Veranstaltungen. und da spielt es für den großen Teil der Nutzer überhaupt gar keine Rolle, sozusagen, was, ja, sozusagen, ob es jetzt katholisch, evangelisch, jüdisch oder muslimisches Angebot damit verknüpft wird, sondern einfach, dass es das gibt. Also Begegnung schaffen ist in der Tat zu einfach und natürlich gibt es im Rahmen des Abrahamsfestes auch wirklich Auseinandersetzungen zum Thema Religion. Also es ist nicht alles easy, es gibt Diskussionen, es gibt auch im Rahmen unserer monatlichen Sitzungen immer im ersten Teil die Möglichkeit, sich aneinander zu reiben. Gesamtgesellschaftlich ist so viel los, dass wir nicht da sitzen und an diesen Themen vorbeigehen können, sondern die Konstellation, und das war ja vorhin die Frage, man erreicht, wir erreichen nicht nur die Funktionäre. Natürlich sind die Vorstände in den Moscheen unsere ersten Ansprechpartner, aber wenn man guckt, dass bei diesen vielen Sprechern ein Großteil Menschen aus den, direkt aus der direkten Gemeinde sind, die das transportieren, die sich auch für die Diskussion zur Verfügung stellen, sind wir da ein ganzes Stück weiter. Aber ich habe auch gesagt, das ist nie zu Ende. Der Moscheevorstand wechselt, damit ist wieder sozusagen eine große Veränderung für jede Moscheegemeinde da, und dann fangen wir auch wieder von vorne an mit bestimmten Themen. Auch das ist richtig. Vielleicht darf ich mich kurz einmischen in die Frage, die nicht an mich gerichtet wurde, Dialog, Institutionen, nur kurz dazu. Was ist eigentlich das Ziel oder Zweck des Dialogs? Es geht nicht darum, dass wir aufstehen und sagen, wir haben Muslime und Christen uns geeinigt auf eine gemeinsame Religion oder gemeinsames Verständnis, sondern Zweck des Dialogs ist einfach zu lernen, den anderen in seiner eigenen Logik nicht nur zu verstehen, sondern wer zu schätzen. Dass ich weiß, wie denkt der, und dieses andere darf nicht nur der andere Christ, sondern, also Völkerwechsel vollkommen recht, auch der nichtreligiöse Mensch, der eine Weltanschauung hat, mit der er auch seine Welt deutet. Da brauchen wir genauso diese Begegnung, um den anderen in seiner Andersheit und in seiner eigenen Logik zu verstehen und entsprechend auch wer zu schätzen. Die Erfahrung, die ich sehr oft mache, schließt an dem an, dass sich Menschen immer treffen, die sich entweder sowieso verstehen oder ist es ein Politikum. Also man trifft sich, um zu sagen, wir haben uns getroffen und wir haben uns verstanden. Interreligiöse Dialog ist nur dann fruchtbar, auch auf institutioneller Ebene, wenn die Institutionen das selbst, also selbst weitertragen in die eigenen Communities. Also wenn die Moscheeverbände oder mit denen man zusammensitzt, daraus ein Programm entwickeln für die Imame, die das in der Moscheegemeinschaft weitergeben, was bringt das, dass wenn wir im interreligiösen Dialog, das erlebe ich sehr oft, dass auch die Konservativsten dann sagen, ja, ja, natürlich, wir verstehen uns und alles gut und wir lesen auch die Bibel und wir lesen den Koran gemeinsam, aber im Volksglauben ganz was anderes verbreitet ist und man kommt überhaupt nicht an die große Masse und die Frage auch, die zu Ihnen kommen auch, ob das nicht, die sowieso schon bereit sind. Also meine Frage ist immer, wie erreicht man die, die man erreichen müsste eigentlich? Es kommen, ich kenne das aus eigener Erfurt, es kommen immer diejenigen, die man eigentlich nichts dazu sagen braucht eigentlich, die sich eh schon, die die Welt offen sind. Ganz kurz, die zwei anderen Fragen, Zahl, wir haben 2012 angefangen, wir waren sehr überrascht damals, dass sich über 600 Studierende beworben haben, wir haben circa 100 aufgenommen, es scheitert sehr viel an numerus clausus, weil auf Lehramt muss man ein zweit oder sogar drittfach, also zwei bis drei andere Fächer auch nehmen, eins bis zwei Fächer nehmen. Die erste Kohorte, die ist jetzt voriges Jahr fertig geworden, es sind circa 40, die ihre Bachelorarbeiten geschrieben haben, also wir rechnen jetzt nächstes Jahr mit am Ende des Masterstudiengangs, dass 40 fertig sind. Danach 2013 haben sich 1200 beworben, 1400 und voriges Jahr 1600, das ist jetzt steigend, wir haben 226 aufgenommen dieses Jahr alleine, wir haben insgesamt über 700 Studierende mittlerweile, wir rechnen damit, dass wir circa 100 Absolventen, weil ich meine, wir nehmen über 200 jährlich, es hören einige auf, verzögern das Studium, wechseln, das ist typisch für jedes Studium, aber mit 100 Personen pro Jahr rechnen wir schon mit 100 Absolventen, also wenn NRW, das heißt, man braucht circa 900 Lehrer in NRW, also in zehn Jahren, aber das ist auch gut so übrigens, dass wir nicht von heute auf morgen die 900 haben, weil das muss sukzessive eingeführt werden und überhaupt die Stellen geschaffen werden, das ist ein Prozess, der noch 10, 15 Jahre dauern wird, bis man flächendeckend an den Schulen überall Religionslehrer für den islamsischen Religionsunterricht hat. Ich kann nicht genug sagen, wie dankbar wir sind überhaupt für den großen Schritt von Frau Löhrmann, damals 2011, 2012, dass man innerlich dann in NRW als erstes Bundesland der Religionsunterricht eingeführt hat, der sehr viel mit sich auch gebracht hat an positiven Erfahrungen. Sie haben mich gefragt, nach den Rahmenbedingungen, die begünstigen, dass ein Mensch ein weltoffenes Bild von seiner Religion oder vom Islam sich eher aneignet als ein exklusivistisches Bild. Da spielt Bildung eine wichtige Rolle, aber auch die Verortung im Arbeitsmarkt, die Verortung überhaupt in der Gesellschaft, also jemand, der sozial unter Anführungszeichen nicht marginalisiert ist, sondern mitten in der Gesellschaft sitzt und Fuß gefasst hat, wird eher seine Religion in die Richtung verstehen, Richtung, meine Religion ist oder meine religiöse Identität ist, ist Teil meiner Deutschsein-Identität oder meiner europäischen Identität oder meiner Assoziation mit dieser Gesellschaft, in der ich lebe. Jemand, der sozial marginalisiert ist, der es nicht geschafft hat, im Bildungssystem und am Arbeitsmarkt auch nicht und fühlt sich als sozialer Verlierer der Gesellschaft, der wird eher, ich sage eher, es geht nicht um Ursache, Wirkung, sondern um Rahmenbedingungen, die begünstigen oder nicht, er wird eher sich zu Hause fühlen oder eher sich damit identifizieren mit einem Islambild, der ihn tröstet und sagt, wer sagtest du der eigentliche, also Verlierer bist, du bist der eigentliche Gewinner, weil am Ende des Tages alle verdammt werden in der Hölle ewig und du bist davon gekommen und alle auslachen. Also so ein exklusivistisches Verständnis tröstet, vermittelt, Macht statt Ohnmacht und so weiter. Also das sind die Rahmenbedingungen, soziale Rahmenbedingungen und Frage der Anerkennung. Menschen, die sich, wie gesagt, anerkannt fühlen in ihrer Gesellschaft, also das würde sie eher dazu veranlassen, ein gemeinsames Narrativ zu haben oder sich damit zu identifizieren, als wenn sie immer eigene Narrative erzeugen oder sich mit eigenen Narrativen, die zum Teil in der Opposition zu gesellschaftlichen Narrativen stehenden. Die letzte Frage war, genau, das haben Sie mich gefragt, die Konflikte oder die Herausforderungen. Klar, also viele Studierende, also die meisten, wenn wir sie fragen, wenn sie anfangen zu studieren, warum studieren sie hier oder was sind ihre Erwartungen. Viele sagen, ich möchte mich in meiner Religiosität vertiefen, ich möchte meine Religion kennenlernen. Also es geht meist um subjektives Betroffensein von Religion und gar nicht um eine wissenschaftliche Reflexion. Anfangs sind manche unter Anführungszeichen schockiert, überrumpelt mit manchen, weil sie feststellen, meine Religion ist nicht so, wie ich gedacht habe, schwarz-weiß und so simpel, sondern es gibt eine Bandbreite an Positionen, Schulen und Argumenten, Gegenargumenten, gegen Gegenargumenten, so weiter, die alle ihre Anerkennung haben in der islamischen Tradition. Allein die Konfrontation junger Menschen mit dieser innerislamischen Vielfalt führt zu einer Horizonterweiterung bei den meisten. Es gibt welche Studierende, die kommen und die wissen schon alles und in der Tat kommen nun entweder zum Glück wenige, aber zum Missionieren oder um uns zu zehren, zu erzählen, wie ungläubig wir sind. Das gibt es auch. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass einige, also ich hatte ganz klar vor drei Jahren einen Salafiten, der immer wieder zu mir gekommen mit Fragen von Pierre Vogel, ja, frag den das und jenes und wir haben, ich bin wohlwollend auf ihn zugegangen, wir haben sehr viele Stunden auch verbracht, alles Mögliche zu beantworten, durchzugehen. Mittlerweile hat er sein Bart rasiert, ist ein ganz normaler, also identifiziert sich überhaupt nicht mehr mit dem Salafismus. Also es lohnt sich, dass sie diesen Prozess durchmachen. Man darf keine momentane Aufnahme machen und sagen, oh, die sind so jetzt im ersten oder zweiten Semester und die sind enttäuscht vom Studium, weil sie erwartet haben, dass sie das, was sie wissen, einfach nur bestätigt hören, sondern es geht um einen Prozess. Es gibt natürlich manche, ohne Namen zu nennen jetzt, aber die von bestimmten Ideologien jetzt, in bestimmten, also schon ausgebildet sind in ihren Gemeinden, die kommen und es ist ganz klar, sie wissen schon alles, also in ihrer Wahrnehmung, die kommen nicht, um zu studieren, sondern wie gesagt, nur die Scheine holen und dann später arbeiten. Da ist es sehr schwierig, an die heranzukommen, weil die von Anfang an mit der Einstellung kommen, ich weiß schon, wie es richtig ist und ich weiß, dass das alles hier heretisch ist und ich bleibe nur pragmatisch, erzähle ich pragmatisch, was die hören wollen von mir, damit ich meine Scheine bekomme. Die gibt es auch leider, diese Gruppe. Okay, vielen Dank. Ich glaube, da kann man jetzt zwei Sachen einfach zusammenfassen. Erstens, die Menschen haben natürlich sehr viele Teilidentitäten. Religiös ist eine Teilidentität. Ein Mensch ist nicht nur religiös. So gesehen ist der interreligiöse Dialog natürlich, wie Sie sagen, zwischen den Menschen stattfindet und als Subjekt stattfindet. Das muss man, ich glaube, immer wieder im Blick halten. Der andere, ich glaube, dieser interreligiöse Dialog tatsächlich im Moment läuft, ist notwendig, diese institutionalisierte, aber das reicht nicht aus, weil sehr viele interreligiöse Dialogbeauftragende, egal ob sie in der Moscheeverein oder in der kirchlichen Institution, dass diese Kenntnisse nicht mal am Vorstand weitergegen, geschweige den Gemeindemitgliedern. So gesehen muss man, ich glaube, auf der Basis Gemeindemitgliedern diese Dialoge ermöglichen. Deswegen brauchen wir unterschiedliche Konzepte, wie man das erreichen kann. Das aber garantiert auch nicht, dass man alle Menschen erreichen kann, sowohl in der Kirche als auch in den Moscheevereinen. Natürlich nicht alle Menschen organisiert sind. So gesehen bleibt natürlich ein Teil immer außen, aber wenn wir auf der Basis diesen interreligiösen Dialog einfach vorantreiben, werden wir viel erreichen. Nur ein Punkt, ich glaube, wir können auch 40-jährige Defizite der Integration nicht über den interreligiösen Dialog lösen. Diese Erwartung muss man auch nicht haben. Deswegen muss man ein bisschen gelassener mit diesem interreligiösen Dialog umgehen. Und auch die sozialen Fragen sind nicht über den interreligiösen Dialog zu lösen. Das haben wir ja auch gehört. Und da liegt eine Hauptursache auch für viel, sich ausgegrenzt fühlen und die Dinge dann zusammen zu sehen. So, wir wollen Sie jetzt gleich zur Suppe lassen. Aber unsere Expertinnen sollen das letzte Wort haben. Und ich würde mir von Ihnen jetzt wünschen, sehr kurz und knackig, was Sie uns als Politik mit auf den Weg geben. Was sollen wir, was ist die vordringlichste Sache, die wir anfassen sollen? Worauf muss man besonders achten? Denn wir wollen das, was wir hier miteinander besprochen haben, einspeisen, natürlich in die parlamentarischen Prozesse. Die Frage, Religionsunterricht in der Schule, ja oder nein, haben wir für die Landesregierung entschieden. Wir haben den islamischen Religionsunterricht eingeführt. Und wir arbeiten auch daran, dass Ethik als Unterricht auch als Angebot für die Konfessionslosen von der Grundschule an auch dazu angeboten wird, um dann über die Dinge gemeinsam zu reden. So, aber was sollen wir jetzt als erstes anfassen? Was sind Ihre Ratschläge für uns? Das geben Sie uns heute mit auf den Weg. Also vielleicht zwei Punkte spontan. Ich finde es schade, dass man Religionsunterricht und Ethikunterricht gegeneinander ausspielt und seitdem weder oder wäre es schön, wenn wir es schaffen, parallel zu Konfessionen und Religionsunterricht auch ein Ethikunterricht, wo wiederum die Konfessionsgehörer auch da sitzen und sich austauschen, damit im Sinne auch von Völkerberg ein Austausch zwischen religiösen und nicht religiösen stattfindet. Das erhoffen wir uns genau dadurch, dass wir es gemeinsam und ergänzen. Und der zweite Punkt vielleicht zur Politik auf den Weg auch mitnehmen. Wir machen, also der Religionsunterricht ist auf jeden Fall eine große Chance, gerade den islamischen, um eben so, wie Frau Kadur gesagt hat, nicht den saudischen Islam hier zu haben, sondern einen von Deutschland für die Muslime in Deutschland konzipierten Religionsunterricht. Ich würde noch mal zu bedenken geben, wer die Partner sind, mit denen man diesen Religionsunterricht gestaltet, damit wir diese Chance nutzen, für die die Menschen in der islamischen Welt uns beneiden sogar. Sie sagen uns, ihr habt Freiheiten, die wir nicht haben, Möglichkeiten, euren Islam zu reflektieren, neu zu reflektieren, auch diese Möglichkeiten haben wir nicht. Ich will nicht weiter sein, aber Sie verstehen, was ich meine. Ja, ich komme jetzt vielleicht so ganz kurz auf meine Arbeit als Integrationsagentur mal zu sprechen. Das Land hat ja vor einiger Zeit beschlossen, kommunale Integrationszentren einzurichten. Ganz praktisch sieht das in jedem, sozusagen in jedem Kreis, jeder kreisfreien Stadt anders aus. Im Kreis Recklinghausen ist es so, dass die Integrationsagenturen ganz stark eingebunden sind, sozusagen in die örtlichen Strukturen. Und ich glaube, dass in der politischen Entscheidungsfindung es ganz wichtig ist, zu gucken, was gibt es wo, wie arbeitet man dort und was wird dort gebraucht. Und dementsprechend auch Entscheidungen zu treffen, weil ich glaube, es braucht gerade für solche Prozesse, wie sie ihn mal laufen, für diese ganze Dialogarbeit eben ganz viel, nee, ganz viel ist ein bisschen zu pauschal, ich sage mal, viel mehr konkret personelle Ressourcen, die auch in den Städten vor Ort wirken können und die nicht da drüber stehen und organisieren. Ja, ich spreche jetzt mal als Religionslehrerin und nicht als Islamwissenschaftlerin. Ich unterrichte, weiß ich nicht, bei uns an der Schule, ich glaube, alle muslimischen Kinder, vielleicht ein paar wenige nicht, aber ich unterrichte inzwischen auch nicht muslimische Kinder, die alle mal einen Unterricht wollen, was die Schulleitung nicht so toll findet, glaube ich, oder zumindest irritiert, warum jetzt auf einmal alle in diesen Unterricht wollen. Spricht finde ich für den Unterricht. Aber, naja, nichtsdestotrotz, das reicht aber nicht allein. Mir fehlen vor allen Dingen, also wir sprechen ja immer über Wertevermittlung und über Werteverlust in dieser Gesellschaft und an Wertwandeln zumindest. Was ich persönlich feststelle, ist häufig, also es ist eine Sache, ob ich Wissen vermittle und Menschen das verstanden haben, egal ob Kinder oder Erwachsene, eine andere Sache ist, ob ich lerne zu differenzieren, ob ich auch genügend Empathie aufbringen kann, denn das sehe ich im Moment bei vielen Älteren, also mehr bei älteren Menschen, also Erwachsenen als bei Kindern, dass uns das abhanden geht. Schauen Sie sich das Kölner Beispiel an, Silvesternacht. Also das hat Daniel Baxter jetzt gerade, doch, er sitzt noch da, gerade auch gesagt, soziale Probleme werden kulturalisiert. Also wir haben es nicht geschafft, vernünftig zu differenzieren, wir haben es nicht geschafft, genügend Empathie für Opfer aufzubringen. Ja, auf einmal wurde aus dieser Sexismusdebatte eigentlich eine Rassismusdebatte, die wir da führten. Und das sehe ich aber auch in der Schule. Wir sind nicht mehr bereit zu differenzieren und wir bringen auch nicht mehr genügend Empathie für bestimmte Zusammenhänge auf. Und die Frage ist, warum schaffen wir es als Lehrer nicht mehr oder als Gesellschaft oder als Politik, das zu vermitteln? Denn sowas kann man anerziehen, das kann man erlernen. Und ich glaube, junge Kinder können das fast noch besser als Erwachsene. Also ich bin ja häufig mit vielen Menschen beschäftigt und ich acker mich an den Erwachsenen viel stärker ab als an Kindern. Denn die kann man ganz schnell, den kann man ganz schnell erklären. Wenn du in dieser Situation wärst, wie würdest du dich fühlen? Das geht ganz einfach. Mit Erwachsenen kommt dann, ja, aber, aber dies, aber das, dann streiten wir uns über das Aussehen, über den Namen, über keine Ahnung, aber wir vermeiden es, diese Empathie aufzubringen. Und ich glaube, das sind zwei Dinge, wo auch Politik sich hinterfragen muss. Erreichen wir die Menschen? Und wenn ja, oder wenn nein, wie schaffen wir es, die Stärke zu erreichen? Ich glaube, durch Empathie und mehr Differenzierung. Und das muss die Politik eben vormachen. Danke. Für mich ist nur die Frage, wie sie das schaffen soll. Also in der Diagnose stimme ich Ihnen zu, aber wie soll das denn gehen? Also diese Mangel an Differenzierung, den erlebe ich auch. Wir haben Leute, die wollen einfacher antworten. Komplexität wird reduziert auf einfache Antworten. Wie kommt man da ran? Man muss im Grunde in der Schule immer mehr auch an die Eltern herankommen. Man muss auch, ich wäre da strikt und würde verbindliche Elternzusammenkünfte organisieren. Habe ich als Schulpflechtschaftsvorsitzender Gesamtschule auch, haben wir es praktiziert. Also da wäre ich strikter. Also in der Diagnose sind wir uns einig, aber es ist natürlich schwierig. Ich möchte sagen, wenn man hier in die Runde guckt, diese Leute müssen wir nicht erreichen. Erreichen muss man die fragile Mitte, die eben angesprochen worden ist. Und ich glaube, dass die fragile Mitte auch deswegen fragil ist, weil genau das passiert, jetzt passiert ist, was Herr Zamponini, glaube ich, angesprochen hat. Und da fühlte ich mich wieder erinnert. Seit Ende 60er Jahre mache ich in dritte Weltgruppen mit. Damals haben wir immer gesagt, wenn wir nicht wirklich hier gerechtere Verhältnisse zwischen Nord und Süd hinkriegen, dann kommen die eines Tages alle in Norden. Jetzt ist es so. Und ich glaube, dass die Fremdenfeindlichkeit bei uns auch daran, daher rührt, dass die Menschen im Grunde diese Verhältnisse das genau wissen. Sie leben eigentlich, da kommen Menschen, denen geht es schlecht. Und sie haben ein schlechtes Gewissen, weil sie ist nämlich, es geht ihnen nämlich gut. Da kann man auch, auch in Sachsen geht es im Vergleich zu Menschen aus Syrien und im Irak immer noch sehr gut. Man hat ein schlechtes Gewissen und wehrt das ab. Man will das nicht zu nah an sich herankommen lassen. Letztlich läuft der interreligiöse Dialog auch auf eine soziale Bewegung hinaus. Man muss soziale, gerechtere Verhältnisse herstellen, auch in Deutschland. Das wäre mein Rat an die Politik. Da gibt es genug auszugleichen. Herzlichen Dank. Das hat sich ja wie ein roter Faden durchgezogen. Also die Frage der Kulturalisierung von Konflikten, das aufzulegen, aber es ist eigentlich ganz viele soziale Fragen dahinter stecken, ein Auseinanderdriften, ein Ungleichwertigkeitsgefühl, ein Ungerechtigkeitsgefühl und was dann adressiert wird. Ja, Demokratie fällt nicht vom Himmel. Das muss man jeden Tag lernen und dafür müssen wir Anstrengungen unternehmen. Sonst verlieren wir auch das, was wir sicher zu haben glauben. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unseren Experten, unserer Expertin. Und dazu haben wir uns ein bisschen was einfallen lassen. Es gibt was, also grüne to go. Und das, was Sie als kleine Tafel auch für den kleinen Hunger zwischendurch hier auch mitnehmen können, Vielfalt statt Einfalt. Das kann man auch ganz verinnerlichen und das soll man mit diesem Stückchen Schokolade dann auch tun. Ganz herzlichen Dank. So, und jetzt wünsche ich Ihnen guten Appetit. Es ist noch Suppe da, und zwar auf der unteren Ebene, Getränke, und wir sehen uns dann um 20 nach hier wieder. Dankeschön. Vielen Dank.